Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar über meinen Lesemonat Juli. Ich habe insgesamt zwölf Bücher gelesen. Und das war ein guter Lesemonat. Da war viel dabei, was mich gut unterhalten hat. Es gab auch ein Highlight. Und ja, legen wir doch einfach mal los. Angefangen habe ich mit einem Weihnachtsbuch, nämlich mit Wir brauchen viel mehr Schafe von Renate Bergmann. Das war aber zufällig, dass das halt ein Weihnachtsbuch war. Ich wollte diese Reihe weiterlesen, weil da ja schon wieder ein neuer Band rausgekommen ist. Ja, da geht es um Renate Bergmann, die 82-jährige Seniorin. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, die Chorleiterin, also die Leiterin des Kinderchors, Frau Schlode, mit einem Mann zu verkuppeln. Denn irgendwie hat die Frau Schlode zu viel Zeit und die macht die ganzen Veranstaltungen kaputt, die man als Seniorin so besucht. Also nicht nur, dass die bei allen Geburtstagen von alten Leuten immer mit ihrem Kinderchor auftaucht und da die ganze Zeit singt, sodass man nicht zum Essen kommt. Und die Leute müssen ja ihre Medikamente nehmen und so. Und die verzögert da immer alles. Nee, jetzt hat sie auch noch den Männerchor sich unter den Nagel gerissen und möchte damit auf Beerdigung auftreten. Und das geht nicht, weil Renate und ihre Freundin, die gehen ja immer auf die Beerdigung, um sich da, also die gehen auf Beerdigung von fremden Leuten, weil sie denken, so ein paar Senioren mehr oder weniger fallen da halt auch nicht auf. Und dann gehen sie da hin, um vom Buffet die Reste abzugreifen, weil die darf man ja nicht aufbewahren. Das Skatering darf die nicht aufbewahren und deswegen nehmen sie da immer ihre Tupperdosen mit. Und ja, das geht aber nicht mehr, wenn Frau Schlode dabei ist, weil Frau Schlode kennt ja Renate und ihre Freundin. Und das würde dann irgendwann unangehendem auffallen. Und deswegen muss Renate dafür sorgen, dass Frau Schlode einen Mann kriegt. Und ja, es ging dann auch noch um das Krippenspiel. Also sie wollte dann Frau Schlode auch loswerden. Also jetzt hätte Frau Schlode noch das Krippenspiel an sich gerissen und das geht ja nicht, weil sie hat ja jetzt schon alles andere an sich gerissen. Und ja, Renate will dann mit ihren Freunden das Krippenspiel organisieren und ach, das ist alles ganz niedlich. Und ja, es war sehr süß. Also mir hat gefallen, dass es nicht wieder so lose Erzählungen waren wie im letzten Buch, sondern dass es halt so viele aneinander gereiht. Also, nee, es war eine Geschichte mit einem roten Faden. Und das fand ich sehr süß. War einfach niedlich. Und mir hat auch die Moral gefallen. Also es geht einfach um Zusammenhalt, alt und jung und dass man viel mehr Zeit miteinander verbringen sollte. Das war sehr niedlich. Ja, wenn ihr Renate Bergmann nicht kennt, ach, ich finde die ist einfach für jeden was. Die ist einfach unterhaltsam. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich mit ihr anzufreunden, aber jetzt will ich sie nicht mehr missen. Und deswegen habe ich dann auch gleich danach noch gelesen, das kann man doch noch essen von Renate Bergmann. Das ist so ein Buch mit so Haushaltstipps und mit Rezepten drin. So halt Tipps von der Oma, ne? Das war auch ganz niedlich. Das hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also um die Reihe zu lesen, braucht man das jetzt nicht unbedingt. Aber es war ganz niedlich. Dann habe ich ein Hörbuch gehört, nämlich Kassadin, jenseits der goldenen Brücke von Julia Dippel. Ja, ich hatte über das Buch nicht so wirklich viel gewusst. Ich wusste, es geht hier um Amaya, die 16 ist, aber schon zum neunten Mal oder so 16 wird. Also sie wird, das läuft da in dieser Welt wohl so, sie wird 11 mal 11, 12 mal 12, 13 mal 13, immer so. Also sie altert sehr langsam. Und sie versucht aber rauszufinden, was sie eigentlich ist, wie das kommt, dass sie so langsam altert. Weil sie hat da eigentlich keine richtige Ahnung. Ja, bis ein geheimnisvoller Fremder auftaucht und sie nach Kassadin entführt. So, mehr sage ich gar nicht. Wobei ich es für mich, glaube ich, besser gefunden hätte, dass ich etwas mehr gewusst hätte. Denn den Einstieg fand ich sehr, sehr spannend. Also man lernt Amaya kennen und sie hat auch ein paar Fähigkeiten, die normale Menschen nicht haben. Und sie altert halt auch sehr langsam und sie versucht von ihren Eltern immer so Bruchstücke rauszufinden, was denn da ist. Aber die sind halt sehr verschlossen. Ja, und dann tocht dieser Fremde auf, Noah. Und zu dem fühlt sie sich halt irgendwie hingezogen, aber der hat halt auch irgendwie was auf dem Kerbholz, was irgendwie alles nicht so richtig ist. Und ich fand den Einstieg richtig gut. Ich habe mit so einer richtig knackigen, geilen Urban Fantasy Story gerechnet. Aber Noah entführt sie dann halt in ein Kaiserreich. Kassadin ist ein Kaiserreich. Und da fing das dann bei mir an, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie die Luft raus. Weil das entwickelte sich dann halt von Urban Fantasy zu High Fantasy. Also es war ein ganz eigenes Ding. Also eine ganz eigene Welt, die mit der menschlichen Welt halt gar nichts mehr so richtig zu tun hatte. Und das fand ich, das ist halt einfach nicht mein Ding. Also da stehe ich einfach nicht drauf. Und ich weiß nicht, ob es, das war halt einfach kein, es war kein schlechtes Buch. So, ich fand diese zwischen, menschlichen Konflikte zwischen Amaya und Noir fand ich sehr interessant. Ich fand Noir als männliche Figur sehr cool. Aber, ja, irgendwie, ich habe einfach gemerkt, wie mir die Lust vergangen ist, weil mir dieses ganze Konstrukt halt nicht gefallen hat. Und ich hätte das Buch halt auch gar nicht gehört, wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass das halt so eine Königshof-Story ist, Kaiserhof. Das sind so Sachen, da stehe ich einfach nicht drauf. Das ist so, das macht mich einfach nicht an. Ja, und dann, ähm, dann waren da halt auch noch so Sachen. Ich habe es dann halt natürlich trotzdem zu Ende gehört. Das ließ sich auch ganz gut weghören. Ähm, also da gibt es dann halt Intrigen an diesem Kaiserhof. Und Amaya erfährt dann, was sie ist und was Kasadim ist. Und mein Problem war, ähm, in Kasadim gibt es spezielle Umgangsformen, die man pflegt. Also, man darf zum Beispiel nicht Bitte und Danke sagen, äh, man darf sich nie entschuldigen. Und Amaya gewöhnt sich sofort dran. Also, es war so, ja, sie, sie kriegt das einmal gesagt, dass man das halt in Kasadim nicht tut. Und dann ist es drin. Also, bitte, äh, wenn du das von klein auf so beigebracht gekriegt hast, dass du Bitte und Danke und so zu sagen hast, dann... Kannst du das doch nicht von jetzt auf gleich abschütteln. Das fand ich ein bisschen bescheuert. Und dann halt auch Kasadim an sich. Ich will halt nicht zu viel sagen. Ähm, es gibt einen Klappentext, äh, ich habe nochmal extra geguckt, dass wahrscheinlich dieser Klappentext im Inneren des Buches, ähm, den ich da gelesen habe, da wird halt gesagt, was Kasadim ist. Aber ich finde es total doof, wenn ich es euch jetzt verrate. Ähm, deswegen sage ich es nicht. Ähm, ihr könnt selber nachschauen, wenn es euch interessiert. Ähm, es wird dann mehr oder weniger gespoilert. Ähm, aber das Konstrukt Kasadim war halt auch nichts Neues. Man hat den Sachen andere Namen gegeben. Aber im Endeffekt war es etwas Altbekanntes. Und das fand ich halt irgendwie auch doof, weil... Ja. Man hat es irgendwie schon mal gelesen. Es war, es war wahrscheinlich ganz nett. Und ich denke, als Fantasy-Fan könnte es einem wirklich gefallen. Ähm, aber für mich war es schon zu viel Fantasy. Also mir hätte diese menschliche Komponente da einfach mehr drin sein müssen. Also diese Menschenwelt. Ja. Ich bin aber auch ganz froh, ähm, das Buch ist in sich abgeschlossen. Also, äh, es gibt jetzt noch einen zweiten Teil. Der kommt demnächst, glaube ich. Aber den brauche ich nicht lesen. Also der erste Teil ist abgeschlossen. Es gibt keinen Cliffhanger. Da bin ich ja total glücklich drüber. Ähm, und... Brauche ich nicht. Also, ist okay, dass ich das jetzt gelesen habe, äh, oder gerade gehört habe. Aber ich brauche, äh, da jetzt nicht mehr von. Übrigens, äh, wenn ihr meine Lesemonate nicht mehr verpassen wollt, dann dürft ihr mir jetzt gerne ein Abo dalassen. Dann habe ich gelesen, Secret Sins, stärker als das Schicksal von Jennifer Lee. Ja, hier geht's um Faith. Äh, Faith ist die Mutter eines tauben Sohnes. Äh, er ist noch sehr klein. Und, ja, Faith hat ein schon sehr bewegtes Leben hinter sich. Denn in einer, ähm, Therapiegruppe für Suchtkranke lernt sie Jude kennen. Das heißt, die beiden haben, ähm, ja, beide schon eine sehr bewegte Vergangenheit. Ja, und eigentlich will Faith sich nicht auf Jude einlassen. Aber, äh, er ist sehr direkt, äh, bekündet sehr stark sein Interesse. Und, ja, irgendwie geraten die beiden dann doch aneinander. Aber, ähm, sie fühlen sich halt zueinander hingezogen. Es prickelt. Aber kann das denn funktionieren? Weil er ist suchtkrank, sie ist suchtkrank. Und, also, dieser Ort, wo sie sich kennengelernt haben, ähm, ist ja schon eine dunkle Verheißung. Will man mit so jemandem überhaupt was zu tun haben? So, das ist so die Ausgangslage dieses Buchs. Also, ich muss ja sagen, ich hab ja damals Royal Passion gelesen, den ersten und den zweiten Band. Und ich fand's ja grottenschlecht. Es war ja so grauenhaft. Es ging ja nur um Sex. Und deswegen, äh, hab ich mir eigentlich beschworen, nie wieder was von Jennifer Lee zu lesen. Aber, ähm, ja, äh, dieses Buch wurde dann als anders beschrieben und sehr gehypt. Und dann hab ich mir das irgendwann mal bei Tauschticket geholt. Ja, und ich bin positiv überrascht worden. Wirklich. Also, Jennifer Lee, ich wusste ja, dass sie eigentlich einen guten Schreibstil hat. Ich, mir hat nur die Art, wie sie Geschichten erzählen, hat überhaupt nicht gefallen. Ähm, hier in Secret Sins geht es auch um Erotik, aber nicht in diesem Ausmaß. Äh, also es ist wirklich stark zurückgeschraubt. Äh, Faith und Jude haben mir als Charaktere eigentlich richtig gut gefallen. Es war eine sehr tiefe Geschichte. Im Vorwort steht auch drin, dass Jennifer Lee, ähm, in ihrer, ähm, in ihrer Familie halt mit, ich glaub, Alkoholismus zu tun hatte. Und, ähm, dass sie halt vieles, was sie da erlebt hat, äh, hier in diesem Buch verarbeitet. Und das merkt man auch. Also es ist sehr nah an, an, also man merkt, dass da halt viel, ja, viel Liebe drin ist, viel Erfahrung. Also, dass es jemand aus vollem Herzen geschrieben hat, ja. Also, ähm, es ging auch nicht, wie ich erwartet habe, um Sexsucht. Das hatte ich bei Jennifer Lee irgendwie erwartet, weil hier steht nur noch, es geht um Süchte. Ähm, ja. Ähm, ich hab aber auch was an dem Buch zu bemängeln. Also es ist eine sehr ergreifende Geschichte und sie ist wirklich, ähm, ja, sehr, sehr deep. Aber, diese Geschichte funktioniert nur aus einem Grund. Und zwar deshalb, weil Jude und Faith nicht miteinander reden. Ähm, also die lernen sich kennen und haben praktisch gleich so eine Art Alltag miteinander. Ähm, und mir haben hier die tiefen Gespräche geführt, äh, gefehlt, so über ihre Vergangenheit und über seine Vergangenheit. Und, ähm, mich hat die ganze Zeit gewundert, warum man nie so richtig, also, wenn ich einen Typen in der Suchtgruppe kennenlerne und ich hab ein Kind zu Hause. Also, dann frage ich den, und ich merke, mit dem Typen läuft was. Dann frage ich den Typen doch auch mal so, ey, sag mal, was hast du eigentlich für eine Sucht? Äh, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Da redet man doch drüber, oder? Also, ich muss doch mich absichern, dass der Typ keine potenzielle Gefahr für meinen Sohn ist. Und generell interessiert's mich ja dann auch, oder? Also, ich mein, klar, man wird jetzt in dieser Gruppe vielleicht nicht unbedingt jeden dazu drängen, zu erzählen, äh, was denn da bei ihm schiefgelaufen ist. Aber, so generell, irgendwann spricht man das doch mal an, wenn man sich öfter trifft. Und wie gesagt, die Frau hat ja ein Kind. Aber, äh, das Problem war halt, diese ganze Geschichte hätte gar nicht funktioniert, wenn sie so tiefgründige Gespräche geführt hätten. Und das ist halt dann auch ein Manko. Weil, wenn eine Geschichte eigentlich nur deswegen funktioniert, weil du etwas Elementares weglässt, hast du einen Denkfehler in deiner Geschichte. Tut mir leid. Äh, es ist halt sehr unmodellistisch gehalten. Ähm, ich fand's nicht schlecht. Ähm, ich kann auch irgendwie drüber hinwegsehen. Also, es hat mich halt unterhalten. Es hat sich sehr schnell lesen lassen. Es hatte 350 Seiten oder so, ja. Und, ähm, aber im Prinzip, es hat was gefehlt. Also, es ist, ich kann das nicht einfach so abnicken und sagen, das war perfekt. War es nicht. Auf keinen Fall. Und dann hatte ich ja wieder so eine Phase, wo ich nicht wusste, was ich lesen will. Also, eigentlich hatte ich das ja schon im letzten Monat. Ich hab mich so durchgequält. Ich hab so viele Bücher angefangen. Und irgendwie wollte nirgendwo so der Flow kommen, ja. Ja, und dann habe ich ein, wurde mir ein Buch vorgeschlagen, äh, bei meinem, äh, Surfen auf dem großen Ahr. Ich sag's, wie es ist. Ähm, das, ich weiß gar nicht, warum mich da überhaupt drauf geklickt hat. Aber irgendwie hat mich der Titel angesprochen. Und zwar handelt es sich hier um Enthüllungen. Das Leben fickt am härtesten von Schwester Eva. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine ganz, ganz vage Vorstellung davon, wer Schwester Eva ist. Ich hatte mal von ihr gehört, dass sie irgendwie eine Rapperin ist, eine Deutschrapperin. Und dass sie ins Gefängnis musste wegen irgendwas. Dass sie aber, dass das irgendwie verschoben wurde, weil sie schwanger geworden ist. Das war das, was ich von Schwester Eva wusste. Und dann habe ich halt gelesen, äh, habe ich den Klappentext von diesem Buch gelesen. Und da stand halt drauf, sie war früher Prostituierte. Und, äh, wurde dann angeklagt wegen Menschenhandel, als sie schon, äh, Rapperin war. Dann dachte ich so, okay, was, was, wie, wie, wie ist das denn passiert, dass sie erst Prostituierte war und dass dann, äh, sie in den Knast muss. Also was ist denn da schiefgelaufen in diesem Leben? Und ich lese ja gerne, ähm, ja, Bücher über, äh, über diese, also erstmal lese ich gerne Bücher über das älteste Gewerbe der Welt. Und, ich weiß nicht, das reizt mich irgendwie. Und zweitens, ähm, ja, ich lese gerne Bücher über kaputte Menschen. Kann man das so sagen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt liest es, jetzt liest es Schwester Evas Buch. Lernen wir Schwester Eva kennen. Und damit bin ich in eine Spirale gekommen, in der ich mich mit ganz vielen Prominenten beschäftigt habe, die ich bis zu dem Zeitpunkt nur ganz vage kannte und die mir alle ihr Leben, äh, erzählt haben. Aber fangen wir mal mit Schwester Eva an. Also, Schwester Eva. Ja, sie ist, äh, ihre Mutter ist mit ihr, als sie noch ganz klein war, aus Polen, ähm, nach Deutschland geflüchtet, muss man schon fast sagen. Ähm, da liefen Sachen, die die Mutter halt gezwungen haben, aus Polen abzuhauen. Und, ja, am Anfang waren sie obdachlos, haben dann in einem Asylantenheim gewohnt. Das war wohl keine schwere, äh, schöne Zeit für Eva. Und mit 18 beschließt Eva dann, oder mit 17, kurz vor ihm, 18. Geburtstag, beschließt Eva dann, sie wird jetzt Nutte, wie sie es sagt. Sie hat wohl in einer, ähm, als sie dann 17 war, in einer Bar gearbeitet. Und das war halt eine Bar, die von Prostituierten und halt, ja, diesen Nachtmenschen frequentiert wurde. Und sie hat halt diese, man muss ja sagen, das muss ja in den frühen 2000ern gewesen sein. Ähm, ich denke mal, damals wird man mit Prostitution noch, äh, wesentlich mehr Geld verdient haben, als heutzutage. Und Eva wird, ähm, von diesem Geld angelockt, das diese Frauen haben. Ähm, die kommen da in den schärfsten Klamotten und sind so eine Art Königinnen für Eva. Und sie beschließt, sie will jetzt auch Prostituierte werden. Ja, wie das beschrieben wird, ist total abgefahren. Also, sie, ich habe extra nochmal geguckt, viele von diesen Biografien werden ja mit einem Ghostwriter geschrieben. Ähm, Eva selbst sagt, sie hat dieses Buch später im Knast geschrieben. Und ich habe auch keinen Hinweis, äh, im Klappen, also, äh, vorne gefunden, dass das irgendwie in Kooperation mit einem Ghostwriter geschrieben wurde. Also, ich kann, es kann wirklich sein, dass es wirklich von dieser Frau selbst geschrieben wurde. Und, ähm, das merkt man ein bisschen. Es ist nicht sehr tief, also, es ist sehr oberflächlich gehalten. Ähm, da passieren halt Sachen, ähm, also, man kriegt zum Beispiel, was mich halt sehr interessiert hätte, wäre, Eva beschließt, ähm, Prostituiert zu werden. Und das ist halt ein sehr steiniger Weg. Es ist gar nicht so einfach, wie sie sich das gedacht hat. Und, ähm, aber was dann beim ersten Mal so passiert ist. Mich hätte halt total interessiert, wie sie sich gefühlt hat, als sie das erste Mal, ähm, Sex gegen Geld hatte. Und das wurde zum Beispiel nicht beschrieben. Sie sagt, sie hat es gemacht und das war es dann. Ähm, später wird halt viel beschrieben. Sie, äh, wird drogenabhängig. Ähm, sie lernt aber auch Menschen kennen, die später dafür sorgen, dass sie halt in die Musikszene kommt. Und dass sie sehr erfolgreich wird. Sie lernt wohl den Rapper Xatah kennen, der auch ordentlich, ähm, Dreck am Stecken hat. Und der bringt sie dann in diese Rapszene rein. Aber sie will sich halt auch von ihrem Rotlichtmilieu nicht lösen. Und das sorgt dann dafür, dass sie später in den Knast muss. Ja. Das war, also, ich, es war nur ein bisschen zu überflächlich. Aber ich fand das Buch an sich sehr interessant. Also, ich hätte es nicht gedacht, äh, dass mich das so packt. Es war wirklich interessant. Ähm, vor allem muss Eva halt ein echt schweres Leben gehabt haben. Ähm, ja. Ja, also, ja, es war einfach zu, ein bisschen zu oberflächlich. Ähm, sie, sie beschreibt halt so richtig krasse Sachen. Ähm, sie wird im Alter von, ich glaube, fünf, sechs Jahren wird sie sexuell missbraucht. Und das wird so, so hingeklatscht. Ähm, das ist dann halt passiert. Sie wird vergewaltigt und hinterher kriegt sie noch von ihrer Mutter mit dem Gürtel, äh, weil sie sich dreckig gemacht hat. Und das wird halt so abgeklärt hingeschrieben, so. Man merkt, diese Frau hat, äh, einfach viel, viel durchgemacht. Ähm, dass die wahrscheinlich jetzt so hart ist, dass sie da gar keine Gefühle mehr schreiben kann. Das war, war schon irgendwie krass, aber man hätte es sich halt irgendwie anders gewünscht, dass man mehr Tiefe kriegt. Ja. Ähm, auch der Weg zum Rap ging dann irgendwie viel zu schnell. Wobei das halt wahrscheinlich das ist, was die Fans, an die das Buch ja eigentlich gerichtet ist, auch schon wissen. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie berühmt wird, wissen die ja, was passiert ist. Äh, und deswegen war das wahrscheinlich nur ein bisschen abgehandelt. Also es wird dann erzählt, wie sie ihr erstes Musikvideo in einem Puff drehen. Ähm, aber mich hätte halt auch interessiert, wie es für sie war. Also ihr erstes Musikvideo, wie, wie, wie ist es gewesen? Da hätte man einfach ein bisschen mehr raus machen können. Aber insgesamt, ich fand's wirklich sehr interessant und lesenswert. Und weil ich ja dann das schon gelesen hatte, wurde mir dann natürlich weiteres in diesem Kontext empfohlen. Und zwar habe ich dann als nächstes gelesen, die Bitch-Bibel von Katja Krasavice. Ähm, Katja Krasavice ist, eine YouTuberin. Vielleicht kennt ihr sie. Ich kannte sie nur ganz, ganz flüchtig aus Videos von anderen YouTubern. Ähm, sie ist damit bekannt geworden, dass sie hart an der Grenze zum, ähm, zu dem, was auf YouTube mit erotischen Reizen machbar ist, äh, kokettiert hat. Also sie ist eine Erotik-YouTuberin. Kann man das so sagen? Inzwischen ist sie auch Musikerin. Ähm, sie macht ja also Party-Songs. Ähm, auch sehr sexy. Ähm, ja, also sie hat Videos, sie ist damit bekannt geworden, Videos zu machen, wie sie erzählt, welche YouTuber sie gerne mal, mit welchen YouTuber sie gerne Geschlechtsverkehr hätte und sowas. Ähm, aber irgendwie, ich war dann grad schon so da drinnen, mir jetzt die Lebensgeschichte von Leuten anzulesen, die ich nicht so richtig kenne und was sich aber irgendwie halt interessant anhört. Und dann dachte ich, ach komm, da machst du jetzt weiter so. Und dann habe ich das Hörbuch gehört. Ähm, wurde von Katja Krasawice selber eingesprochen. Äh, das hört man auch. Also es ist oft sehr schlecht betont und sehr... Also man kann so richtig hören, wie sie halt liest. Es ist sehr dilettantisch. Ähm, also sie ist halt kein Profi. Aber irgendwie hat es das halt auch authentischer gemacht, ja. Und ähm, man erfährt dann so, dass sie in einem recht behüteten Elternhaus aufgewachsen ist, aber da wohl auch sehr dunkle Schatten über ihre Kindheit dann doch waren. Ähm, die nicht unbedingt sie selbst betrafen, aber in der Familie ist nicht alles so gelaufen. Ja, und wie sie sich dann hochgearbeitet hat, wie sie sich ein sexy Image aufgebaut hat, wie sie die Dorfschlampe war, die Stadtschlampe. Ähm, weil sie es einfach schön fand, sich sexy zu kleiden. Und sie wurde gemobbt. Und ja, es war ein junges Mädchen, das stark gemobbt wurde, aber das immer seinen Weg gegangen ist. Und irgendwie war das beeindruckend zu lesen. Ähm, es war jetzt nicht so krass wie die Geschichte von Schwester Eva. Aber es war... Also ich bin ja nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Ich meine, dieses Buch wird an 12- bis 16-jährige Teenager gerichtet sein. Das ist ja die Zielgruppe von Katja Krasawice. Und ich fand's aber trotzdem gut. Also diese Frau hat sehr viele Schönheits-OPs machen lassen. Und äh, kleidet sich halt sehr... Ja, nuttig. Man kann's nicht anders sagen. Ähm, das ist jetzt kein Slutshaming oder so. Es ist einfach, ähm... Es ist halt ihr Stil. Das sagt sie auch selber. Ähm, sehr, sehr, sehr leicht begleitet rumzulaufen. Und äh, sie hat halt auch viele Bettgeschichten gehabt und so. Und... Aber sie... Ich fand's gut. Sie hat nie gesagt, seid wie ich. Mach das wie ich. Sie hat halt... Sie vermittelt dieser jungen Zielgruppe, dass jeder hübsch ist, wie er ist. Und ähm, dass man nur Sachen vielleicht für sich selber machen sollte. Und dass man seinen Weg geht sollte. Deswegen fand ich das, ähm, besser als erwartet. Also es hatte eine gute Message, das Buch. Das fand ich echt, äh, interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was von ihr lesen würde. Aber, äh... Oder hören würde. Aber es war... War irgendwie gut. Also ich... Ich fand's, äh, dann doch hörenswert. Und dann... War ich ja voll im Flow. Also ich hatte jetzt schon was über, äh, Deutschrapper und YouTuber gelesen und gehört. Also habe ich mich weiter von diesen Empfehlungen dieses Verlags verführen lassen. Und habe dann gehört. Montana Black. Vom Junkie zum YouTuber. Von Marcel Ehres. Marcel Ehres ist Montana Black. Montana Black ist Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer und auch ein sehr erfolgreicher YouTuber. Er ist mit Gaming-Videos berühmt geworden. Ich kenne ihn auch nur aus Videos von anderen YouTubern. Ähm... Er ist ein sehr prolliger Typ, der inzwischen, dadurch dass er so erfolgreich ist mit YouTube, im Geld schwimmt. Und er, äh, kokettiert sehr mit seiner Kohle und ist aber halt rülpst in seinen Videos, furzt, beschimpft Leute. Ähm... Ich finde ihn so ein bisschen peinlich. Also... Ja... Also... Ne, nicht peinlich. Peinlich kann man nicht sagen. Er ist halt... Ja, bollig. Also... Man kriegt das Ghetto wohl nicht aus dem raus. So. Und ich fand aber... Diese Junkie-Vergangenheit hat mich irgendwie interessiert, also habe ich mir das Hörbuch angehört. Ja, man erfährt, dass Marcel, ähm, eigentlich als eine sehr bodenständige, äh, Mutter hatte, bei der er aufgewachsen ist. Ähm, die hat sich für ihn den Hintern abgearbeitet. Und er gerät aber irgendwie durch falsche Freunde in so einen Kreislauf, wo man erst so kleine Ladendiebstähle begeht, später dann kifft. Und aus diesen Kiffen wurde immer mehr, ähm, ja, erst kiffen, dann koksen und durch diese Drogensucht, die sich da entwickelt, wird er halt auch immer krimineller. So. Ähm, ja, und irgendwann kriegt er halt die Kurve, sagen wir es mal so, und wird erfolgreicher. YouTube-Star. So. Äh, das ist ja jetzt nicht gespoilert. Ich fand... Das war schon eindrucksvoll. Also ich bin ja auch hier wieder nicht die Zielgruppe, muss man ja sagen. Das sind ja wirklich Bücher, die richten sich ja eigentlich an die Fans dieser jeweiligen Leute. Und ich denke mal, auch Montana Black Fans werden so zwischen 12 und 20 sein. Ähm, der macht ja so Gaming und das ist ja alles gar nicht mein Fall. Aber, ähm, ich habe durch dieses Buch, ähm, verstanden, warum dieser Typ so prollig ist, weil der halt aus so einer Arbeiterfamilie kommt. Wie gesagt, das kriegt man nicht aus dem raus. Und, ähm, ja, warum der jetzt so auf sein Geld fixiert ist. Ich glaube, wenn du einfach dein ganzes Leben lang keine Kohle hattest, wirst du da wahrscheinlich, ähm, ja, sobald du was hast, ähm, vielleicht ein bisschen abheben. Ist so. Ähm, allerdings habe ich auch festgestellt, dass er ein sehr naiver Mann zu sein scheint. Ein bisschen unbelehrbar. Weil er wird gleich bei seinem ersten Ladendiebstahl wird er erwischt. Und auch bei seinen weiteren Diebstählen, er wird so oft von der Polizei erwischt, aber er macht immer weiter. Also, wie blöd kann man denn sein, habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht. Ja, und, ähm, es war eine coole Geschichte, ähm, einfach wie schnell man in so einen Drogensumpf geraten kann, wenn man einfach das falsche Umfeld hat, die falschen Freunde. Ähm, ich fand's ein bisschen negativ. Also, er hat zwar irgendwie reflektiert, was er da so getan hat, aber es wurde auch teilweise verharmlost. Also, er hat so Ladendiebstille begangen, wo man, wo er seinen eigenen Arbeitgeber in einem Baumarkt bestohlen hat. Und es wird dann halt so bagatellisiert, so, ja, das macht ja einem großen Konzern nix aus. Nee, das kannst du doch deinen jugendlichen Fans nicht so sagen, das ist nicht richtig. Ähm, ja, war aber auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, das zu lesen. Ähm, einfach, ich find's, das waren jetzt alles, das waren ja drei Personen, über die ich jetzt gelesen habe, die man so eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also, das ist ja eine, die haben eine bestimmte Zielgruppe und, ähm, ich fand's aber sehr interessant. Ähm, ich muss mich für die Leute an sich gar nicht interessieren, um ihr Leben interessant finden zu können. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, aber, ähm, ja, es war einfach mal interessant, über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Vielleicht, ähm, ich lese gerne einfach, ja, über kaputte Menschen, was die Leute so kaputt gemacht hat. Man versteht damit vielleicht auch, äh, Leute in seinem Umfeld auch mal besser, wenn man... Also, man wird vielleicht dadurch auch mal ein bisschen empathischer, wenn man über seinen eigenen Tellerrand so ein bisschen hinausschaut, ne? Dann habe ich gelesen, Hopelessly in Love von Emma Winter. Das ist der zweite Teil der Westen High-Reihe. Ähm... Ja, das war... Ähm... Hier geht's ja um Sascha und Ben, die sich ineinander verlieben, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Und, ähm, Ben kommt aus einer reichen Familie, wo halt nicht alles so rund läuft. Und Sascha hat auch familiäre Probleme. Sie wohnt bei ihrem Onkel und ihrer Tante und der Onkel lehnt sie ab und ihre Großmutter lehnt sie auch ab. Weil da Sachen in der Vergangenheit gelaufen sind, die, äh, ein bisschen kurios sind. Ähm, ich muss sagen, der, der, ja, der Stil von Emma Winter ist angenehm. Man kommt richtig schnell durch die Seiten durch. Aber die Geschichte entwickelte sich zu etwas, was ich nicht begreifen konnte, warum man das gemacht hat. Also erstmal, ähm, es gab, schon im ersten Band wurde so die Geschichte von Saschas Freunden angeteasert. Ähm, Jess und... June? Jess und June, ja. Ähm, und auf einmal wurde auch aus deren Sicht erzählt. Also zuvor wurde immer nur aus Saschas und aus Bens Sicht erzählt und auf einmal auch aus der Sicht von Jess und June. Was ich nicht verstanden habe. Man hat so richtig gemerkt, die Autorin hatte für das Buch nicht genügend Story und musste dann noch die Story von zwei anderen Protagonisten mit einbauen, um das Buch zu füllen. Was ist denn das für eine Ausgangslage für ein Buch? Ich sage es immer wieder, wenn du nicht genug Geschichte hast für eine Geschichte, also nicht genug Stoff für eine Geschichte hast, dann lass es doch bleiben. Mach das doch nicht. Das ist... Ich wollte die Geschichte von Sascha und Ben lesen und nicht die von June und Jess. Die übrigens auch noch total belanglos war. Also das war so... Nee. Fand ich total bescheuert. Äh, es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe dann so richtig gemerkt, wie mein Interesse an dem Buch nachgelassen hat. Und ähm, es... Also... Man hat so richtig gemerkt, da waren immer so... Dann passiert das, dann machen wir das, jetzt machen wir hier und da und dann machen wir das und dann passiert das. So... Es wurden so Sachen, so Geschichten aneinander gereiht, so planlos, ohne roten Faden. Das hat mich so gestört. Also man hat richtig gemerkt, die Autorin braucht irgendwie diesen zweiten Band. Ich weiß nicht, ob die am Anfang für drei Bände unterschrieben hat und ob jetzt das große Finale dann im dritten Band kommt. Es gab dann... Ich war auch am überlegen, ob ich die Reihe jetzt abbrechen soll. Weil ich mir gedacht habe, so... Nö, das ist... Das habe ich mir bei Save Me damals bei Mona Kasten angetan, diese Scheiße. Ähm, das brauche ich nicht nochmal. Dieses... Dieses, äh... Geschichten von vielen Leuten erzählen, damit... Eigentlich kleine Geschichte irgendwie ausgefüllt wird. Das... Das brauchte ich nicht nochmal. Aber dann gab es natürlich den super mega Cliffhanger am Ende des Buches und deswegen werde ich jetzt trotzdem weiterlesen. Seien wir doch mal ehrlich. Ich hoffe, es wird noch besser. Wenn... Wenn der wirklich nur der zweite Band halt so schlecht war, dann werde ich es irgendwie verschmerzen können. Weil ich den Stil von Emma Winter eigentlich echt süß finde. Und sie so viel Potenzial hätte. Aber wenn halt das jetzt wieder... Also... Ich habe ein bisschen Angst davor, den dritten Teil zu lesen. Ich sage es echt. Weil eigentlich, wie gesagt, ich war davor abzubrechen. Dann habe ich noch gelesen Obsidian Shadows Finsterlicht von Jennifer L. Armantrout. Ja, das ist ja das Prequel zur Obsidian Reihe. Da geht es um Dawson, wie er Bethany kennengelernt hat. Ähm... Das war Mist. Ich sag's wie es ist. Es war Mist. Wenn man so richtiger Hardcore Obsidian Fan ist, dann wird man das wahrscheinlich feiern. Dann... Wahrscheinlich dann, wenn man auch diese Spin-Offs aus Daimons Sicht gefeiert hat. Dann wird man das auch mögen. Aber... Ähm... Also ich bin in diese Geschichte... Die hat ja nur 200 Seiten. Bin ich total schlecht reingekommen. Weil es... Ähm... Aus der Erzählperspektive ist. Also... Die ganzen anderen Bücher waren ja aus der Ich-Perspektive. Und hier wird aus der dritten Person... Äh... Von der dritten Person... Aus der Sicht der dr... Aus der dritten Person erzählt. So. Haben wir's jetzt. Gut. Ähm... Und... Das fand ich total befremdlich. Ich verstehe warum es gemacht werden musste. Oder gemacht wurde. Aber... Ich fand's... Das hat mich total rausgebracht irgendwie. Und... Irgendwie... Ich bin überhaupt in diese Lux-Welt gar nicht reingekommen. Das hat ewig gedauert. Ich glaube ich war schon bei Seite 100. Bis ich dann mal so langsam drinne war. Und dann war halt die Geschichte von Beth und Dawson auch noch so total... Recycled. Also ich finde, ich habe in diesem Buch nichts Neues gelesen. Ähm... Man kriegt so ein bisschen erzählt, wie die Lux das finden, dass Dawson sich mit Bethany abgibt. Und... Ich will ja für... Also für die... Es tut mir leid, wenn die die Obsidian-Reihe nicht gelesen haben. Jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Aber wenn ich jetzt... Zu viel erzähle... Würde ich euch spoilern. Es ist eine Fantasy-Reihe. Eine Jugend-Fantasy-Reihe. Ähm... Wo sich ein... Wo nichtmenschlich... Nichtmenschliche Charaktere... Auf menschliche Charaktere treffen. Und sich verlieben. So. Das... Also das ist die Ausgangslage aus... Band 1. Sag ich mal so. Und ich würde aber jetzt halt nicht verraten, was die Lux denn sind. Weil dann... Ich möchte auch, dass ihr das in den Kommentaren nicht unbedingt spoilert. Weil das versaut einem doch die ganze Reihe. Also ich fand's am coolsten, dass man überhaupt nicht wusste, was die Lux sind. Ja. Ähm... Ja. Ich fand's einfach... Ich fand's doof. Also es war wirklich doof. Ich fand's irgendwie... Ich hab alles... Irgendwie kam mir die Geschichte auch total nah an der von Katie und Damon vor. Also das... Was da so passiert ist... War... Also... Das war nichts Neues. Irgendwie... Das hatte ich ja schon öfter bei Jennifer L. Armentroth, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie ihre eigenen Geschichten recycelt. Ähm... Ganz ehrlich, das hätte irgendwie nicht sein müssen. Es war dann so... Als ich dann irgendwann drinne war, war's halt noch so ganz nett. Aber im Endeffekt... Je länger ich drüber nachdenke, umso bescheuerter finde ich's. Also... Braucht man jetzt nicht unbedingt gelesen haben. Nö. Wenn ihr mit der Reihe schon abgeschlossen habt innerlich, dann braucht ihr's echt nicht gelesen haben. Also... Lohnt sich nicht. Weil mich Aileen von My Cozy Street drauf aufmerksam gemacht hat, dass im Ende Juli dann schon der zweite Teil dieser Reihe erscheint, habe ich angefangen mit All Saints High, Die Prinzessin von LJ Shen. Ähm... Das ist ein Spin-off dieser Wishes Love... Sinners of... Nee... Love... Sinners of Saints-Reihe... Och Gott, wie heißt das? Dieser Wishes Love-Reihe. Ähm... Man kann's aber unabhängig voneinander lesen. Und hier geht's um Daria. Die hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Sie ist ein super reiches, verwöhntes Mädchen. Ähm... Und... Ähm... Ähm... Und... 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 Aber es ist halt auch noch... Ähm... Ja... Sind... Hassgefühle im Spiel. Ähm... Es wird hinten drauf beschrieben, mitreißend düster und nichts für schwache Nerven. Was irgendwie suggeriert, dass es so Dark Love, äh... Dark Romance sein soll. Ist es nicht. Nein. Definitiv nicht. Es ist... Ich fand, es war wie so eine hyper dramatische Folge von Gossip Girl. Reiche Leute. Reiche verzogene Gören. Die, ähm... Intrigen spinnen. Und... Äh... Bei denen alles... Äh... Schief läuft. Aber irgendwie... Ich fand's trotzdem klasse. Ähm... Ähm... Die Charaktere Daria und Penn... Haben... Also, LJ Shen hat eine Art, die beiden miteinander interagieren zu lassen, dass die Funken sprühen. Ähm... Dass man richtig das... Man spürt diesen Hass und die Zuneigung gleichzeitig. Und... Ähm... Die Dialoge war manchmal ein bisschen holprig, aber auch irgendwie heiß. Also... Das war... Ja... Wie wenn man so eine Teenie-Serie guckt. Und... Das hat mich total... Überwältigt. Das war total gut. Ähm... Es hat richtig Spaß gemacht, das, äh... Zu lesen. Ich hab das verschlungen. Ich bin halt in diese Welt von reichen Leuten eingetaucht und... Es war einfach klasse. Es war sexy. Es war... Bitterböse. Aber... Es war nicht... Ja... Irgendwie war es düster. Aber... Aber hier für schwache Nerven... Ach Gott, kommt... Also es ist kein Dark Romance oder so, aber ähm... Es ist schon ein bisschen härter. Ähm... Und halt... Ja... Wie eine etwas härtere, überkandidelte Folge von Gossip Girl fand ich das. Ähm... Es hat aber einen totalen Sog. Also ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und ähm... Mein Highlight des Monats. Dann hab ich noch gelesen, Dangerous Hearts mit dir durchs Feuer von Romina Gold. Oder Romina Gold? Ich weiß es nicht. Ich glaub, sie ist eine Deutsche. Ähm... Ja, hier geht's um Lori. Ihr Ehemann ist vor zwei Jahren gestorben. Äh... Bei einem schweren Unfall. Und... Sie und ihr Mann haben sich damals ein Gestüt aufgebaut. Sie haben den Traum von diesem Gestüt gelebt. Er ist jetzt tot und ähm... Jetzt muss Lori allein mit diesem Gestüt klarkommen. Sie lebt irgendwo in Montana auf so einer total abgelegenen Ranch. Ähm... Und jetzt... Sie kommt eh schon kaum über die Runden. Und jetzt ist da auch noch ein Brandstifter unterwegs in der Gegend. Ähm... Und die ganze Geschichte beginnt damit, dass äh... Ja, ihre Ranch in Flammen steht. Ihre Scheune oder ihr Stall irgendwas steht in Flammen. Ähm... Ihr Stall. Ihr Stall steht in Flammen. Und ähm... Zum Glück sind da ein paar Ranger... Ja, so Ranger, die auch... Ich hab mich darüber schlau gemacht, dass sind Ranger, die auch halt Feuerwehrmänner sind. Also es gibt irgendwie da in Montana so... Äh... Ja... Also ich verstehe unter einem Ranger ja so einen Typen, der im Wald ist und da irgendwie Tiere guckt und so. Und sich um... Um so... Wald kümmert. Aber die sind wohl speziell dafür da, um so Waldbrände zu verhindern in diesen trockenen Gebieten. Und äh... Ja, zum Glück sind zwei Ranger, haben dieses Feuer entdeckt und sind schon dabei zu löschen, als Lori dazukommt. Und einer von diesen Feuerwehrmännern ist Ethan. Und zwischen den beiden funkt das dann. Aber ähm... Ja, Ethan ist neu in der Stadt und... Gerät, äh... Also man muss Romina Gold zugute halten, dass ähm... Sie sofort in diese Geschichte eingestiegen ist. Also da war nicht viel Trara drum rum, sondern es beginnt praktisch gleich mit diesem Brand. Und ähm... Sie hatte auch einen sehr strukturierten Erzählstil. Also ich hatte bei diesem Buch nie das Gefühl, dass ich etwas lese, was nicht dazugehört. Also was nur so erzählt wird, weil sie halt was erzählen will. Sondern es hatte alles einen Sinn. Das ist ja eigentlich was, was ich wirklich sehr gerne mag. Und das hat auch dafür gesorgt, dass sich dieses Buch sehr schnell lesen lässt. Ähm... Am Anfang fand ich es auch wahnsinnig spannend, weil man so ein bisschen miträtseln kann, ähm... Wer denn jetzt der Täter ist. Und ich muss auch sagen, ich wäre so nicht drauf gekommen, wer es denn war. Aber irgendwie verlor das Buch mit dem... Also in der Mitte so ein bisschen an Spannung. Ich weiß nicht, irgendwie... Ähm... Plätscherte das da so ein bisschen zu sehr vor sich hin. Was ich halt ein bisschen schade fand. Aber ähm... Es war halt so eine... Ähm... Ich fand gut, dass es hier nicht nur um Sex ging. Dass die Erotik, die Beziehung zwischen Ethan und Laurie nicht so in den Vordergrund gestellt wurde. Sondern es ging wirklich, ähm... Um die, um die Suche nach diesem Brandstifter. Und... Das war schon gut gemacht. Also diese Kleinstadt-Idylle da wurde gut beschrieben. Und ähm... Ja, es war einfach was Nettes für zwischendurch. Natürlich. Ähm... Also es war jetzt nicht der ganz große Wurf. Dazu hat irgendwas einfach gefehlt. Ich kann das nicht mal richtig in Worte fassen. Was mir da gefehlt hat. Ähm... Mehr Tiefe, mehr... Ja... Also es war nicht so richtig tief. Ähm... Aber es war nett. Es war nett. Und es ist auch ein in sich abgeschlossenes Buch. Ähm... Es gibt noch eine Fortsetzung. Da geht es aber um eine andere Figur aus diesem... Äh... Aus diesem ersten Buch. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt weiterlesen würde. Ich habe mir gesagt, wenn es jetzt um dieselben Figuren geht, würde ich nicht weiterlesen. Aber wenn es jetzt um andere geht, würde ich dann doch nochmal einen Blick riskieren. Und zu guter Letzt habe ich dann ein Buch von meinem Projekt Sommersupp beendet. Ich kann euch das Video gerne nochmal auf dem i verlinken. Äh... Wo ich mir einen Stapel voll sommerlicher Bücher vorgenommen habe, die auf meinem Supp schlummern. Und zwar, äh... Habe ich gelesen, Shark Club. Eine Liebe so ewig wie das Meer von Anke Taylor. Hier geht es um Maeve. Maeve wurde als junges Mädchen von einem Hai gebissen. Sie wurde schwer verletzt und trotzdem ist in diesem Moment ihre Liebe zu Haien entbrannt. Und sie ist jetzt Meeresbiologin und kehrt nach einem Job zurück in ihr altes Heimatstädtchen. Ähm... Wo war denn das? In Florida, genau. Ähm... Wo sie in dem Hotel, das ihre Großmutter betreibt, ähm... Unterschlupf findet. Und dieses Hotel ist was ganz besonderes. Es ist nämlich ein Hotel, das Bücher zum Thema hat. Jedes Zimmer hat einen eigenen Autor als, ähm... Ähm... Ja... Als Grundgerüst. Ähm... Man findet Bücher zu dem Autor. Also es sind so Themenzimmer. Und das wurde so liebevoll beschrieben. Und generell auch dieses Meeresbiologenthema. Dieses... Man ist praktisch auf der ersten Seite, hat man den Salzgeschmack auf den Lippen. Ähm... Man kann den Wind fühlen. Ähm... Man schwimmt mit den Fischen. Ähm... Ähm... Aber... Daniel hat etwas getan, was sie ihm nicht verzeihen konnte. Und... Jetzt treffen sie sich aber wieder. Und ich habe eigentlich gedacht, das wäre halt so eine richtig kitschige Love-Story. Ist es aber nicht. Ich habe hier was ganz anderes gekriegt. Ich habe hier so eine Art Selbstfindung gekriegt. Ähm... Maif... Ja... Ich will nicht spoilern, weil dann nehme ich den Witz aus dem Buch irgendwie. Ich fand es sehr interessant, das selber rauszufinden. Aber es geht... Es ist keine abgeschmackte Liebesgeschichte, sondern eine Selbstfindung. Es geht auch viel um Umweltschutz, um Haischutz. Ähm... Weil da auch ein starkes Problem ist, dass da Haiejäger unterwegs sind. Die Haie wegen ihrer Flossen abschlachten. Und die schneiden denen die Flossen ab. Und werfen die Haie dann verletzt zurück ins Meer. Ähm... Das wird hier auch beschrieben, dass man dagegen vorgehen muss. Und wie Maif das tut. Und... Es war einfach ein tolles Buch. Ich glaube, Anke Taylor liebt Haie wirklich. Ich liebe Haie ja auch so. Ich finde die so toll. Und... Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich kann das total empfehlen, wenn ihr Lust auf ein sommerliches Buch habt. Mit ganz, ganz viel Herz. Was aber nicht nur reine Love Story ist. Es ist auch Liebe drin. Und auch viel überraschender, als ich gedacht hätte. Ähm... Hier gibt es eine Wendung, die mir fast das Buch versaut hätte. Ähm... Aber zum Glück ist es dann so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Ähm... Ja... Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Sommerbuch seid. Ähm... Schlagt hier zu. Das ist richtig gut gewesen. Ja. Und mehr habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm... Was habt ihr denn im letzten Monat gelesen? Wie viele Bücher sind es bei euch geworden? Und wie war die Qualität? Das ist ja eigentlich viel wichtiger als die Masse. Obwohl man halt, wenn man viel gelesen hat, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man auch ein paar Perlen entdeckt, ne? Ja. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich total auf den Austausch mit euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis dann!